Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Das Gebäudeenergiegesetz, GEG, auch Heizungsgesetz genannt, hat die deutschen Verbraucher stark verunsichert. Das sagt der Geschäftsführer des Deutschen Energieholz- und Pelletverbands und des Deutschen Pelletinstituts, Martin Bentele. Die Bundesregierung habe mit dem Gesetz bewirkt, dass Öl- und Gasheizung dieses Jahr wieder Hochkonjunktur hätten. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz berichtet, viele Verbraucher hätten vor allem die Anschaffungskosten, aber gerade angesichts künftig steigender CO2-Preise nicht so sehr die Gesamtkosten im Blick. In der vergangenen Heizperiode hatte es einen Run auf Kaminöfen gegeben, weil sie schnell einzubauen und nicht so teuer seien, bestätigen Fachleute. Angesichts der Furcht vor leeren Gasspeichern im Winter und steigender Energiekosten sei diese Anschaffung gerade für Bewohner von Einfamilienhäusern oft ein erster Reflex gewesen, beschreibt Energieberater Hans Weinreuther von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz laut der Deutschen Presseagentur Gründe für den Trend. Zu den Kaminöfen kommen nach Branchenangaben knapp 700.000 Pelletheizungen. Doch der Markt sei zum Teil komplett eingebrochen, berichtet Anna-Katharina Sievers vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband und dem Deutschen Pelletinstitut. Tatsächlich hätten Heizungsbetriebe und Verbände in mehreren Bundesländern im Mai rekordverdächtige Bestellungen von fossilen Heizungen gemeldet. Das Gebäudeenergiegesetz, das nach der Sommerpause beschlossen werden soll, zielt darauf ab, durch einen schrittweise durchgeführten Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017